Ein Ford Transit mit Tageszulassung steht hier zum Verkauf. Der weiße Transporter ist viertürig, bietet Platz für 6 Personen und hat einen großen Stauraum. Der Transporter besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie Bordcomputer, ESP, Servolenkung, Wegversperre, Airbag und noch vieles mehr. Das 6-Gang-Schaltgetriebe überträgt eine Leistung von 125 PS. Auf 100 Kilometern liegt der angegebene Verbrauch des Diesel bei 7,2 Litern. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 24.870 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gern Ihre Fragen. Autohaus Kökler Ständig 1000 Ford auf Lager Größte Auswahl Bester Preis Ständig 1000 Ford auf Lager 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 Ständig 1000 Ford auf Lager